Und ein herzliches Howdy bei Let's Play Overwatch. In diesem Video gibt es ein bisschen Multiplayer-Gameplay zusammen mit Robli aus einem unserer letzten Twitch-Livestreams. Viel Spaß dabei. Stay here. Eine neue Runde Angriff auf dem Lijiang Tower im Garten. Oh, Garten ist schön. Oh, ja, Garten sind immer schön. Den mag ich auch ganz gerne. Da sind wir so, was spiele ich denn im Gas und Pflanzen? Oh, die Pflanzen sind toll. Ja, also vor allem, wenn ich mich nicht um die kümmern muss, weil ich habe keinen grünen Daumen. Aber das stimmt natürlich. Da hast du keinen Nachbarn. Oder eine Nachbarin, noch viel besser. Tatsächlich wohnen seit einiger Zeit eine recht hübsche Nachbarin über mir und eine recht hübsche Nachbarin auf meiner Etage. Beide zusammen mit ihrem Freund. Beide zusammen mit dem selben Freund? Nee, leider. Über mir mit ihrem Freund, die andere auf meiner Etage mit ihrem Freund. Ah, okay. Angriffdings, wir haben jetzt einen Tank, wir haben jetzt einen Luthio. Und ich glaube, wir bräuchten noch eine zauberhafte, wunderschöne, attraktive, bis zum Halt zugeknöpfte May. Wo ist die May? Ich muss mich mal von nah an angucken. Bleib mal stehen, 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 bleiben. Man sieht es halt nicht so deutlich. Aber ich schwöre, ich kann ja mal in diesem Artbook, was ich habe in diesem Begleitband. Da ist unter anderem auch diese Bildern. Ich kann ja mal ein Foto von machen. Ich wollte den Begleitern, nee, eigentlich irgendwann mal vorbeischicken, aber ist auch schon wieder vergessen. Und dann schicke ich dir das bei WhatsApp mal. Dann kannst du das mal bestaunen. Tja, liebe May. Tja, Geschichte, aber Soldier 76 hat noch seine Arbeit dazu getan. Deswegen konntest du da gar nicht so einen hervorragenden Job machen. Das war der McCree. Wie lange die Lust für mich immer heilt. Was ist das hier? Yeah. Ah, war zu viel. Ich habe mich in die Höhle des Löwen getraut. Aber man muss sich ja auch mal was trauen ab und zu, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Folgen halt auch mal Sachen, die halt völlig bescheuert und unsinnig und dumm sind. Und auf jeden Fall zum eigenen Tod führen. Lass mich. Shit. Nummer eins, wenn du Diva tötest, dahinterstehen und warten, bis sie raushüpft, um sie endgültig zu töten. Ah, shit, 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 McCree, du Sack, mit deinem Revolver. Das kann jetzt nicht ernsthaft deinem Ernst sein. Oh, scheiße, bin ich schlecht. Oh Gott, bin ich schlecht. Das ist echt übel, wie schlecht ich bin. Das ist echt übel. Warum konnte ich den nicht killen? Ich hau es ganz gut raus. Ne, irgendjemand hat den geheilt. Das war es denn, Jeter, oder? Der ihn so eine komische Heilsphäre oder sowas auf den Kopf verpasst hat. Ich habe auf jeden Fall seine Energie nicht runtergekriegt. Also, sag mal, was kann denn der? Kann der irgendwas außer Rennen und Schießen? Sonst, der Sorge, der kann ein Heilpack auf den Boden schmeißen, um sich an andere Leute zu heilen. Na super. Das ist eigentlich echt zu dir. Das ist der einzige Damage, der sowas kann. Und, ähm, der hat sein Ultis, dass er halt Leute dann, äh, auf jeden Fall, also Auto-Aim hat, quasi. Normal schießt, der bei Auto-Aim hat. Und, ähm, ja. Ja, okay. Na, spritten kann er halt. Also, er kann schnell von A nach B kommen. Das ist halt auch so eine Sache, die eigentlich ganz so dicker ist. Sag mal, one-geschottet. Willst du mich verarschen? Wie auf Demia. Da kommt Roadtalk um die Ecke und ballert mich mit einem Schrotflintenschuss. Fuck, ich bin tot. Super, super Sache. Alleine im ganzen gegnerischen Team, das gesamte Team eingefroren. Also, wenigstens vier Leute davon. Ja. Eher drei, aber okay. Und, äh, keiner aus unserem Team in der Nähe. Kein einziger. Alle tot. Keiner da. Sag mal, kannst du mir noch mal kurz verraten, wie der Ultimate von Soldier 76 probiert? Ich hab den aktiviert, wollte schießen, war tot. Deswegen konnte ich's mir leider nicht angucken. Ja, das dauert einen kleinen Moment, aber das Ding ist halt, du bist normal verwundbar und du bist auch an sich ganz normal, wie sonst auch. Der einzige Unterschied ist, dass du halt Auto-Aim hast. Das heißt, du, egal wie du schießt, das angewählte Ziel wird von all deinen Kugeln getroffen, die du abschießt. Achso, dann war das Problem, dass ich vorher gestorben bin, ne? Ja, ja, okay. Ja. Und bei fünf Leuten oder so, keine Chance, äh, wir müssen da jetzt eh ein anderes Team erwähnen. Wir haben bloß, wir haben bloß Damage-Tieler. Bis auf mich und den anderen. Wir brauchen einen Tank. Wer hat das eben Tank hat? Wir brauchen einen Tank. Oh, ich bin in den Koi-Karpfen-Teich gefallen. Das war schön. Nimm einen Tank, bitte. Und damit, ich bin ganz egal, welchen. Wer denn? Reinhardt oder so? Reinhardt, huhu! Go, Reinhardt! Wir haben keinen einzigen. Go, Reinhardt! So, Ansturm, Feuerschlag, alles klar. Kriege ich hin. Ich bin unterwegs. Bisschen schwerfällig, aber ich bin unterwegs. Ich verspreche's. Danke, danke. Ich verstehe nicht, warum die Leute in unserem Team ihren Charakter wechseln, wenn alles super läuft. Das ganze Team funktioniert, alles ist richtig perfekt. Das ganze Balling-Sing ist perfekt und auf einmal wechseln einfach all ihren Charakter und das ist fast besonderer Tank im Team drin. Oh, hinter uns. Ich bin so dumm, als wenn ich die Raketen nicht gesehen hätte, die mir in den Hintern geflogen sind. Ganz, ganz komisch. Also manchmal macht man Dinge, ne? Und man weiß nicht, warum man sie tut. Hey, 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 hey. Ähm. Nein, tschüss zu. Wir haben gewonnen. Oh, das ist gut. Dann ist gut. Oh yeah. Also ich muss sagen, so ein Blick in deine Triebwerke, die könnten hochauflösen animiert sein, aber die sind ganz geil. Ja, so ein Triebwerk hat nicht jeder an seinem Hammer. Und das Triebwerk an den Rücken erst. Und boom. Boah. Alter, oder? Magst du deine Rüstung mal ausziehen? Du hast aber schon richtig dicke Beule da unten hängen an deiner Rüstung, das muss man mal sagen. Ja, das ist aber leider nur die Rüstung, das ist das doof. Das ist kein Sackschutz. Sonst bräuchte ich nicht so einen großen Hammer als Kompensation, weißt du? Stimmt. Sehr gut. Achtung, gerne Willow, Mikel. Und wir haben schon mal einen Lucio, ich hoffe, der kann ihn nicht nur als Heiler gut spielen, sondern auch. Also ich glaube, jetzt hier wäre natürlich jetzt ein Bäschen natürlich super in der Ecke, ne? Ja, aber wir kriegen das auch so ganz gut hin, ne? Wo ist denn die Tür dabei? Sehr doof. Da kommen aber wir eher her, tendenziell. Also gegen Kompensation hier über die Seite. Hier rechts, da können sie herkommen, oder halt vorne, wo du Gott bist. Gut. Soll ich eigentlich Reinhardt behalten, oder kann ich wieder meinen Soldier nehmen? Ich würde mich freuen, wenn ich den Behälter war. Wir haben weiterhin nur Damage-Stealer, also ich habe einen Support, wir haben einen Highlighter drin und die anderen Spinnen alle Damage-Stealer. Und wenn wir jetzt viel Damage-Stealer hätten, ich glaube, da ist Reinhardt schon ein ganz guter, ganz guter Unterstützung. Ich tue alles fürs Team. Super, das freut mich. Also außer du sagst, du musst jetzt unbedingt mit Soldier 76 aufnehmen, wieder. Das habe ich nicht nötig. Also generell, wie gesagt, das ist das Hauptproblem an, da kommt ein Roadhog. Das Hauptproblem an dem Spiel ist halt wirklich in erster Linie, dass du halt eigentlich seltener zu kommst, Damage-Stealer zu spielen, weil alle anderen, die immer nehmen und man halt auch andere nicht-Dämpflichter im Team braucht. Das ist, also ich sehe gerade, dieser Punkt ist ja voll die Todesfalle, wenn man weiß wie. Ja, warum? Guck mal nach oben, wenn du im Moment hast, innerhalb dieses Kreises, da kann man überall oben stehen, ne? Ah, ja stimmt. Theoretisch steht auch einer da oben, oben, da fliegt einer. Ja, eine Farah, ja genau, mit Farah einfach oben hinstellen, kann ich die locker alle entspannt töten. Weil sie merken, dass da oben jemand steht, sind sie schon alle toten, ne? Ach, dann kommt ein Roadhog wieder vorbei, oh shit, shit, shit. Ich frieh mal ein für dich. Danke. Okay, jetzt zurück, zurück, da ist dann wohl, da fass auf, und McCree. McCree haben wir auch, sehr gut. Also vergnüßt die Möcke, doch du gibst mir Schutz und ich frieh die alle ein und dann machen wir die gemeinsam im Tod. Das ist gut, das ist wirklich Tier. Achtung, hier sind wohl eine Farah, oder so, glaube ich. Ja, wo ist denn die Gegner? Die fliegt außen rum, hinter dir, da draußen, da draußen fliegt sie rum. Mischstück. Jetzt ist er reingeruscht. Irgendwo hat sich eine Rakete am Hinterteil verirrt. Da kommt ein Ulti von Dings. Oh, mich hat eine Widowmaker gekillt, die hat durch die Tür, durch den Türschlitz durchgeschossen. Ich neig bei Livestreams immer so dazu zu schreien, ne? Das ist so dramatisch, dass ich so voller Adrenalin. Ja, 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 das kenne ich, aber du bist so angespannt. Alter. Das war nein. Ja, also, wir haben gut, solide gewonnen, aber zu Ende, eigentlich, ich laufe sie aus der Tür raus, aber steht Feierformen, hat mir direkt in Ulti direkt ins Maul einfach. Ach so. Das sieht man bis jetzt. Aber ich, hey, das ist ja voll unerwartet. Ne, schade, sieht man jetzt nicht. Das hat sich auch recht gut gemacht, sonst muss man ihn gegeben. Also, wir sind hier da, so die Aktionen, halt die Team ausgelöscht, also das war wirklich gut. Aber dann hast du es dir noch gegeben. Du warst auch noch drin, hast du es gesehen? Ja, hab ich gesehen. Yeah. Checker, yeah, yeah. Sehr gut. Ne, hast du sehr gut gemacht, auch mit dem, den, den, den Dings, den du gespielt hast. Das dann, was immer schwer ist, finde ich bei Reinhardt, ist diesen, diesen Ansturmskill, weil das Problem an dem ist, du hast halt, du lässt halt quasi deine Hose runter, um den Gegner zu eliminieren, weißt du? Das stimmt, ja. Und du lässt dein Schild fallen und bist für ein paar Sekunden völlig verletzlich und kannst nichts machen, bis er die, die Aktion dann wirklich ausführt. Und du hast die aber wirklich solide eingesetzt und mal, das war echt gut. Danke. Danke. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Das war ein bisschen Multiplayer-Gameplay aus einem meiner letzten Twitch-Livestreams. Wollt ihr mal live mit dabei sein, dann schaut doch einfach mal vorbei unter twitch.tv slash mcralph. Einmal in der Woche gibt es auf jeden Fall einen Livestream, den kündige ich auch entsprechend auf YouTube vorher an. Also am besten auf Twitch folgen und hier auf YouTube ein Abo hinterlassen. Und ihr verpasst nichts mehr. Nochmal danke fürs Reingucken. Ich hoffe bis zum nächsten Mal. Euer McRalf. Tschüss. Tschüss.